Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Mesonette-Wohnung befindet sich in Tönes-Forst. 1994 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Mesonette-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 99.800 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Mesonette-Wohnung Die Mesonette-Wohnung Die Mesonette-Wohnung Die Mesonette-Wohnung